Hey Leute, das ist vom Clan Channel, ich bin's wiederum Elias und heute haben wir das Tutorial für euch und erzähle euch heute, wie ihr extrem viel Geld auf der Börse machen könnt. Und ja, alles was ihr da für tun müsst, ist in die Militärbasis reinzugehen, wo die genau ist, zeige ich euch jetzt gerade auf der Karte. Von Travers Flughafen aus links, also von der Stadt in der Wüste, einfach hier hinten am Meer. Und ja, ihr müsst dann einfach reinfahren, das ist natürlich egal, mit welchem Fahrzeug ihr das macht, ob es ein Taxi jetzt auf dem Panzer ist oder so. Ich würde euch empfehlen, nicht reinzufliegen, weil dann werdet ihr sofort runtergeschossen. Und ja, ihr könnt Schaden anrechnen, indem ihr einfach die ganzen Leute hier tötet, ihr könnt alle Fahrzeuge zerstören, also sprich alle Last, alle Fahrzeuge, alle Jets, alle Hubschrauber, alle Panzer, alle Flugzeuge, habe ich glaube ich schon gesagt. Also auf jeden Fall halt alles zerstören, was geht. Und außerdem würde ich euch noch empfehlen, auf jeden Fall eine gute Schutzhäste zu kaufen, die könnt ihr euch im Waffenladen kaufen. Die ist auf jeden Fall sehr nötig hier in der Militärbasis, sonst seid ihr auf jeden Fall sofort down. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann müsst ihr einfach auf die Börse gehen, das könnt ihr entweder mit eurem Handy machen oder mit einem Laptop. Laptops findet ihr in euren Häusern drin. Und ja, dann müsst ihr einfach nur ins Internet öffnen, wie ich es jetzt hier mache. Und dann müsst ihr einfach nur auf die Börse gehen, dann nehmt ihr das erste LCN. Und dann geht ihr auf meine Märkte, beziehungsweise auf Märkte. Und dann scrollt ihr einfach runter und dann steht da irgendwo Marywater. Und nachdem ihr das dann alles zerstört habt, das ist es ziemlich down, weil Marywater ist eben die Armee, also die Militärbasis. Und dann investiert ihr einfach, weil jetzt sind die Aktien erstens billig und die steigen dann nach einer Zeit. Also ich habe, wie ihr jetzt, wie ihr seht, mein komplettes Geld rein investiert. Damit bekommt man auch am meisten Geld wieder zurück. Also umso mehr man investiert, umso mehr Geld bekommt man dann später. Deshalb investiert auf jeden Fall so viel, wie ihr könnt. Aber es ist auf jeden Fall ein sicheres Unternehmens. Und ihr könnt schneller investieren, indem ihr A gedrückt haltet, einfach auf den Plus der A gedrückt halten. Und wie ihr seht, ist es dann voll und dann einfach auf bestätigen, drücken und alles machen. Und ja, jetzt ist es dann kommt das Geld weg und jetzt muss ich einfach nur ein bisschen warten. Geht am besten schlafen und speichern und so ein Bullshit. Und dann müsst ihr einfach nochmal später kurz kommen. Und wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dann geht ihr einfach wieder ins Internet. Und ja, ihr könnt es dann einfach so lange steigen lassen wie ihr vorallt. Es geht natürlich auch irgendwann mal wieder runter. Und ich empfehle euch noch nichts mit der Polizei zu machen, weil sonst geht es ganz schnell wieder runter und ihr geht ins Minus. Also ihr seht ja jetzt glaube ich 0,23. Und ich habe das Geld noch nicht abgenommen, ich habe es noch ein bisschen steigen lassen. Und ja, das war es jetzt eigentlich wieder von mir. Ich bin wieder weg. Ciao, haut rein. Und ja, das war es jetzt noch ein bisschen. Und ja, das war es jetzt noch ein bisschen. Und ja, das war es jetzt noch ein bisschen.